So ihr Lieben, heute versuchen wir mal was Neues hier auf dem Kanal und zwar werde ich eine Tierliste erstellen, also quasi eine Rangliste und zwar von den Neuheiten, von den Sommerneuheiten der einzelnen LEGO-Themenreihen. Wir beginnen heute mit City, Creator 3 in 1, Disney und Dreams. Da schauen wir heute mal drauf. Wenn euch dieses ganze Format gefällt, dann kommt nächste Woche Teil 2, vielleicht machen wir da nochmal Teil 3, je nachdem wie schnell wir voranschreiten. Auf jeden Fall bin ich die kommende Woche unterwegs. Dementsprechend machen wir jetzt Teil 1, dann habe ich die Woche Zeit zu sehen, ob ihr das alle auch liked und kommentiert und wenn ihr das gut macht, dann folgt auf jeden Fall Teil 2. Mir ist aufgefallen bzw. zugetragen worden, dass 60 Prozent von euch, also 60 Prozent der Zuschauer dieses Kanals, diesen Kanal nicht abonniert haben. Das ist eine Farce! Meine lieben Leute, dementsprechend abonnieren, Glocken anmachen, dann verpasst ihr auch Teil 2 nicht, sofern der dann kommt. Das ist zeitgleich im Übrigen hier auch eine Podcast-Aufnahme, wird beim Spielwaren Investor Podcast als Audio-Version hochgeladen. Könnt ihr dann da hören, überall, wo es gute Podcasts gibt. Das ist natürlich eine Folge hier, die audiovisuell, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß macht. Aber müsst ihr entscheiden, falls ihr das gerade am Podcast hört, könnt ihr ebenso auf YouTube gehen und natürlich da Kanal abonnieren, folgen und so weiter. Blablablabla. Wir fangen heute einmal an mit City. Wir schauen uns die Sommerneuheiten an von Lego City und ich mache das Ganze auf der Seite von Stonewalls, von meinem lieben Freund Lukas und seinen lieben Freundinnen. Ganz, ganz tolle Seite. Vielleicht machen wir Teil 2 dann bei meinem Freund Michael von Promobricks. Wir werden sehen. Auf jeden Fall heute fangen wir hier mal an. Schaut da gerne mal vorbei. Fantastische Seite. Ganz, ganz toll redaktionell aufgearbeitet und auch schöne Bilder. Und das ist für uns heute am wichtigsten. So, wir beginnen mit der Setnummer 60362. Alle City-Neuheiten werden wir ab Juni, ab dem 1. Juni offiziell bekommen. Wir haben ja noch Creator 3 in 1. Die gibt es, glaube ich, dann ab August. Und Disney auch wieder Juni und den Rest dann, also quasi Dreams, die ganz neue Themenreihe dann auch ab August. Aber wir beginnen jetzt einfach mal und schauen uns die Neuheiten an. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, ist das ein Set, was potenziell investmenttauglich ist. Ich werde aber auch immer so meine verspielten Gedanken einfließen lassen. Denn ihr wisst, ich bin ein großes Kind. Dementsprechend ist das Ganze natürlich sehr, sehr subjektiv. Das heißt, wenn ihr eine andere Meinung zu diesen Sets habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Tauscht euch dort gerne aus. So eine Tierlist ist halt immer sehr, sehr persönlich und sehr, sehr subjektiv. Und wir beginnen jetzt mit der 60362. Das ist eine kleine Waschanlage für 19,99 Euro UVP, 245 Teile. Und es ist ein sehr kleines, spartanisches Mitnehmenset. Ich finde immer diese City-Sets um die 20 Euro zumindest für den Kunden, für Kinder ganz, ganz toll, weil die Eltern nicht zu viel Geld ausgeben müssen und die Kinder eigentlich mit diesen Sets immer sehr viel Spaß haben. Ich finde tatsächlich auch, wir hatten lange keine Waschanlage mehr für den bezahlbaren Kurs. 20 Euro für das Ding finde ich cool. Es sieht sogar so aus, als wäre hier eine Funktion verbaut. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob das hier eine Kurbel sein soll. Vielleicht ist es auch einfach nur eine, keine Ahnung, irgendwie stellt es irgendwas dar, wo du dein Auto die Luft tanken kannst oder was auch immer. Kann auch sein, dass du, ist auch eigentlich wahrscheinlicher, dass du es hier einfach durchschiebst und sich halt diese Börsen dann hier drehen. Wie dem auch sei es, ist eine Waschanlage. Kinder sind fasziniert von Waschanlagen. Investment-tauglich, ganz ehrlich, wenn ihr es mit 40, 45 Prozent bekommt, mit Sicherheit, aber es ist jetzt kein Highlight. Ich würde es aber trotzdem in OK einordnen in die Tierliste, weil eben, ja, es ist ein spielbares Set. Ihr könnt damit arbeiten, ihr könnt Spaß haben. Deswegen geht das Ganze jetzt hier in OK in Bezug auf Investment-tauglichkeit immer vor dem Hintergrund, dass ihr das dann natürlich mit, ja, sagen wir mal, das Ding mit 40 Prozent Minimum kriegen solltet. Dann schauen wir mal weiter. Set Nummer 60363. Ist ein Eiskaffee, hatten wir jetzt tatsächlich in der Ausführung oder in so einer Art und Weise immer mal wieder. Was mir hier auffällt, sind die Minifiguren. Und zwar ist hier so ein Eisbärenkopf dabei. Also mir fällt hier auf, dass dieser Torso neu zu sein scheint. Die sind ja sehr wahrscheinlich bedruckt. Ist halt ein Eis drauf zu sehen, finde ich ganz nett. Aber sowas ist dann wahrscheinlich auch ein paar Wochen bei Steinen und Teile sehr, sehr günstig zu haben. Wir haben hier ein Lastenfahrrad in weiß. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das gab es so noch nicht. Ich glaube, wir hatten sowas mal als Postbike, also Postlieferfahrrad oder so. Das ist ja komplett im Trend, wenn ihr so in den Großstädten oder in den Kleinstädten wahrscheinlich auch unterwegs seid, dass diese Dinger überall fahren. Wir haben hier einen schönen roten Vogel dabei. Ja, also das Ding soll kosten. Und das ist der Knackpunkt 34,99. Ganz ehrlich finde ich für diesen Haufen Steine, also der Eisladen an sich ist auch nur eine kleine Kulisse, viel zu teuer. Da finde ich zum Beispiel den Eiswagen, den es wahrscheinlich auch bei den meisten Händlern noch gibt, für 19,99 Euro, viel, viel besser geeignet. Dementsprechend finde ich das Ding jetzt weder Investment-tauglich noch irgendwie anders besonders cool. Das geht hier definitiv in die Mäh-Kategorie rein. Nächstes Set, was wir uns anschauen, ist die 60364, der Skaterpark. Wir hatten ja schon mal so einen Skaterpark, als es losging mit diesen Straßenplatten, wo sie uns die Standardstraßenplatten weggenommen haben. Die bösen Menschen von Lego. Was ich hier ganz cool finde, es gibt ein neues Radio. Allerdings ist das auch nur auf den ersten Blick ein neues Radio. Es ist einfach ein 1x3-Brick. Vermutlich beprintet. Könnte vielleicht auch ein Sticker sein und oben so ein Telefonhörer drauf. Ganz witzig. Sieht aus wie ein Ghetto-Blaster. Daneben ein Handy oder iPad, was das sein soll. Ja, wir haben einen Roller, der hier skatet. Wir haben ein Skateboard natürlich, ein BMX und ein Rollerblader darf natürlich auch nicht fehlen. Was ich hier ganz cool finde, das ist modular zusammensteckbar. Ist aber auch ein Set, wo ich sagen würde, ja, als Investment nicht sonderlich tauglich. Mit Sicherheit sehr, sehr schön bespielbar, aber keine super exklusiven Minifiguren. Nichts, was jetzt wirklich, ja, was man unbedingt haben muss. Ein großes Plus ist vielleicht, dass man mehrere davon benutzen kann, um ja, noch einen größeren Skatepark zu bauen, aber ich würde, ich bleibe bei meh. Ist für mich auch eher meh, als irgendwie super gut. Nee, der Preis von fast 55 Euro ist definitiv auch hier viel zu teuer. Selbst mit 30% Rabatt wäre es mir noch zu teuer, von daher nee, meh ist gerechtfertigt. Dann haben wir hier ein Apartmenthaus. Hm, da muss ich jetzt mal drauf schauen. Also ihr müsst wissen, ich habe mir das noch nicht sonderlich im Detail angesehen, um eben auch den Ersteindruck quasi nicht zu verfälschen. Das Apartmenthaus hat natürlich ganz, ganz zeitgemäß Solarkollektoren auf dem Dach. Es ist sehr modern gebaut. Da oben macht hier mal Sport. Wir haben, aha, wir haben einen sehr inklusiven, wie nennt man sowas, Elektrorollstuhl. Da bin ich mir, es könnte sein, dass das ein neues Teil ist. Also habe ich so zumindest noch nicht gesehen. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr gut. Sieht man im Stadtbild öfters. Fehlt irgendwie. Oder, also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe so ein E-Rolli bisher noch nicht gesehen. Ansonsten erinnert das sehr an das Familienhaus, was es vor ein paar Jahren gab. 84,99 ist natürlich eine Hausnummer. Ich finde es ganz nice. Mit 40% Rabatt, sagen wir 38% Rabatt, ist es vielleicht sogar Investment wert. Weil Häuser generell, ich würde es jetzt mal in okay packen, aber wirklich, wirklich nur unter dem Gesichtspunkt, dass ihr da richtig Rabatt drauf bekommt. Ohnehin, um mal so den kurzen Zwischen-Step da zu nehmen, ohnehin investieren in diese Sets macht eigentlich noch keinen Sinn. Ich sage ja immer, so spät wie möglich und so günstig wie möglich. Das heißt, wenn diese Sets jetzt im Sommer auf den Markt kommen, könnt ihr damit rechnen, dass die mindestens anderthalb bis zwei Jahre verfügbar sind. Dementsprechend könnt ihr da ganz, ganz locker durch die Hose atmen. Das ist jetzt einfach nur ein neues Format, was wir testen, was wir natürlich auch auf andere Themen rein und auf andere Themen generell ausweiten können, wenn ihr es cool findet. Deswegen schreibt es in die Kommentare und ich werde mich dann dementsprechend zeitnah dann auch darum bemühen. Nächstes Set ist die Nummer 60366. Knapp über 1000 Teile, 8 Minifiguren, 104,99 Euro und stellt einen, ja, wie soll ich sagen, einen Abenteuerpark da mit Skiabfahrt, mit einer Kletterwand und ist auf den ersten Blick sieht das spaßig aus. Also man muss sich hier immer so ein bisschen so diese ganzen Hintergründe wegdenken, die auf so einer Lego-Verpackung drauf sind und dann steht das wahrscheinlich ziemlich nackig da. Ich versuche hier mal ein Bild zu finden, was das Ganze ein bisschen, ja, was das Ganze ein bisschen größer darstellt, ein bisschen objektiver. Finde, sieht es immer noch ganz cool aus. Vermutlich wirst du dann hier oben auch ganz schön runterrutschen können beziehungsweise das BMX-Bike, was dabei ist, oder das Mountainbike, wird mit Sicherheit hier auch abheben können. Ich finde ganz witzig, dass hier so ein Runterrutschring gebaut wurde aus diesen Rohren. Ich finde die Kletterwand ganz nice mit diesen Felsenelementen. Was ich nicht so nice finde, ist tatsächlich der Preis, aber wir haben hier auch ein bisschen Technik drin. Das sieht halt so aus, als könnte man hier oben an diesem Reifen drehen und dann hat sozusagen der kletternde Mensch hier die Möglichkeit, eben hochgezogen zu werden. Soll eine Absicherung sein, aber man kann natürlich auch spielen, indem man da oben dreht, dass er da so hochklettert. Kann man alles machen. Ja, was machen wir damit? Was machen wir damit? Ich finde den Preis über 100 Euro natürlich viel, 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 viel zu hoch. Trotzdem aufgrund des Spielwerts mit der Rampe geht es in OK. Es geht in die OK-Variante. Immer unter der Voraussetzung viel, viel, viel Rabatt. Dann, das hat sich im Podcast bereits angekündigt, wird es neue Arctic-Sets geben, neue Arctic-Forschersets und bei einem solchen Set sind wir jetzt gelandet, die 60368. Das ist ein recht großes Schiff, was auch schwimmt. Es ist ein Schlauchboot dabei, was ebenfalls schwimmt. Und wir haben hier, wie bei dem Sea Explorer, den wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren hatten, die Möglichkeit, das Schiff zu öffnen und sozusagen einen Tauchroboter in der Mitte des Schiffes runterzulassen an einem Kran. Man hat einen Hubschrauber dabei, der so aussieht, als könnte er schwimmen. Der wird aber definitiv sinken. Wie dem auch sein, dann kannst du ihn ja mit dem Tauchroboter wieder hochholen. Highlight bei diesem Set absolut der Orca. Also hier ist so ein Killerwal dabei und der ist Killer. Also der ist wirklich geil. Ein sehr, sehr großes Teil. Leider sind solche großen Teile, also sprich das Boot und auch so ein riesiger Wal, immer relativ teuer. Dieser Wal wird dieses Set beziehungsweise diesen Preis auch definitiv treiben. Kommt noch ein bisschen darauf an, ob wir ihn noch in anderen Sets sehen. Aber das ist definitiv ein Highlight. UVP dieses Sets bei 815 Teilen, aber das täuscht natürlich diese großen Teile. Das müssen dann nicht viel sein, um ein riesen Set zu haben später. 149,99. Ist eine Menge Geld, ist aber auch so das erste Set, wo ich sage, ja, okay, das ist ganz okay gewählt. Natürlich vor Corona oder vor den ganzen Preiserhöhungen hätte das wahrscheinlich 129 gekostet oder so. Jetzt kostet es halt 149, aber es ist ein normales City-Set. Das werdet ihr definitiv im freien Handel bekommen. Dementsprechend ist das so das erste Set, wo ich sage, okay, finde ich cool. Das ist Knorke. Geht in die Knorke-Kategorie. Gefällt mir gut. Spielwert hoch. Gerade so für den Sommer. Kannst du im Pool mitfahren. Geiler Orca dabei. Mega gut. Finde ich schön. Dann sind wir bei der Set Nummer 60376. UVP von 9,99 Euro. Schönes Mitnahmeset. Der Bild ist jetzt nicht so berauschend. Ist einfach ein, wie nennt man das, ein Schneemobil, ein Motorschlitten. Was geil ist. Zwei Tiere dabei. Eine Robbe und ein Robin Baby. Und ganz ehrlich, selbst für einen Zehner mega geil. Zwei große Tiere. Die ist, glaube ich, so in dieser Art und Weise auch noch nicht gab. Finde ich richtig gut. Und da finde ich Preis-Leistung auch richtig gut. Wenn du das noch mit Rabatt bekommst, noch besser. Also das finde ich ehrlich gesagt super. Das ist ein schönes Set. Bitte mehr davon. Sehr, sehr gut. Dann haben wir die Set Nummer 60377. Ist so eine Art Luftkissenboot mit wieder einem Tauchroboter dabei. Sieht auch aus, als könnte es schwimmen. Kann es aber definitiv nicht. Da wird irgendwo der Hinweis draufstehen. Boat not float oder so. Was ich hier ganz schön finde, sind so angedeutete Unterwasserwelten. Also wir haben hier witzigerweise einen Besen, der hier auf so einem oder Besen-Oberteil in Grün, was hier auf so einem Korallenriff, auf so einem ganz kleinen Riff angedeutet ist. Wir haben hier Schildkröten, die sehr, sehr geil aussehen in einer anderen Farbgebung. Wir hatten die schon mal ähnlich. Ich glaube, es ist dieselbe Mold, die wir in einer Minifiguren-Serie bei einer Figur dabei hatten. Wir haben hier einen Hammerhai dabei. Wir haben hier einen Rochen dabei. Fische, zwei, ne, drei Minifiguren sogar. Und wir haben eine UVP von 29,99. Das Ding mit Rabatt, auch geil. Hauptsächlich aufgrund der Tiere. Würde ich jetzt nicht in Super reinhauen, aber definitiv was für die Knorke-Kategorie. So, was haben wir noch, ihr Lieben? Wir haben noch die Set Nummer 60378. Das ist so eine kleine mobile Base, so eine Basis mit einem Raupen, wie soll ich das sagen, Raupen, Raupenschieber, Raupenlader, was auch immer. Wir haben hier vier Minifiguren dabei. Wir haben hier anscheinend irgendwie einen sehr, sehr wertvollen Kristall. Wir haben eine UVP von, ist noch nicht bekannt, zumindest den Jungs und Mädels, weiß ich gar nicht, ich glaube nur den Jungs von Stonewurst nicht. Ich würde jetzt mal tippen, das kostet sowas um und bei 50 Euro, wahrscheinlich 54,99. Was man hier ganz versteckt sieht, oben in der Ecke sind drei Eisbären und Eisbären sind cool. Man hat einen großen Eisbären, zwei kleine Baby-Eisbären dabei. Das ist ein bisschen depending on the price. Also es ist wirklich preisabhängig. Ich würde jetzt mal so tippen, aufgrund der hohen Preiserhöhung, 54,99, 49,99 Minimum. Ich schätze mal 54,99. Das würde ich zu teuer finden. Die drei Eisbären sind cool, aber es gab schon mal Eisbären, ich glaube die Eisbär-Babys sind neu, aber die treiben den Preis dieses Sets jetzt auch nicht so, dass man das super gut finden muss. Deswegen, ohne jetzt den genauen Preis zu kennen, fliegt das bei mir in die eher in die Mäh-Kategorie. War kurz davor, es in okay zu packen, aber die Eisbären reichen mir dann nicht, um auszuflippen. Dann haben wir die Setnummer 60, 379. Das ist ein großes U-Boot, was bemannbar ist oder befraubar in diesem Fall auf dem Bild. Vier Minifiguren dabei. Eine UVP von 104,99 Euro. Lecko mio. Wir haben drei Haie dabei, wobei ich zwei davon als Standard-Haie bezeichnen würde und einen recht großen mit zusätzlichem Print und zusätzlicher Farbe, der auf jeden Fall teurer ist. Was ich hier geil finde, muss ich echt sagen, es sind Glow-in-the-Dark Fische dabei, weil wir haben hier mit Sicherheit das Thema Tiefsee, was hier am Start ist und ihr wisst, in der Tiefsee gibt es vieles, was wir nicht kennen und das sind anscheinend unter anderem leuchtende Quallen, leuchtende Fische, denn wir haben hier so auch gebaute Quallen aus Blüten und so Trans-Clear-Elementen und unten sieht es so für mich so aus, als wären das Blumenstängel, aber hier auch das erste Mal in Glow-in-the-Dark, die hier so als Füße der Qualle so mitverarbeitet wurden. Finde ich ziemlich geil. Was mich hier absolut abtürnt leider, ist der Preis von über 100 Euro. Ist mit Sicherheit ein großes, schönes Tauchgerät, aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich finde es so vom Feeling her ist das schon eine Menge Holz. Wir haben hier natürlich so ein kleines Riff beziehungsweise so ein Wrack, wo noch ein Schatz gehoben werden kann und es gibt auch eine kleine Funktion, wo zu sagen die kleineren Haie an so einem Dreharm um das Wrack, ich sage jetzt mal schwimmen, kreisen und der große Bosshai sich da woanders aufhält, irgendwo in der Mitte versteckt, aber trotzdem ey Leute über 100 Euro, es ist doch, also ganz ehrlich, ich finde es cool aufgrund der Qualen, aufgrund des Riffs und die Funktion finde ich auch ganz nice, aber der Preis hackt es hier wirklich, ah der, es ist leider, nee ist ein Mäh, über 100 Euro für das Ding ist leider ein Mäh, tut mir leid, dann haben wir, dann haben wir, was haben wir noch, wir haben noch die Set Nummer 60380 mit dem wundervollen Namen Stadtzentrum, da brauche ich jetzt ein bisschen länger, um mir das mal anzuschauen, also wir haben auf jeden Fall einen Barbershop, finde ich natürlich absolut sympathisch, Barbershop braucht man, kann man gebrauchen, so eine Friseursäule davor finde ich cool, wir haben hier so einen futuristischen Übergang zwischen zwei Gebäuden, wir haben hier nicht nur Solarkraft auf dem Dach, sondern auch Windkraft, wir haben hier eine Palme, das erste Mal gebaut aus diesen neuen Blattelementen, die glaube ich das allererste Mal in der Ritterburg dabei waren, in der großen, wir haben hier einen Charakter, den wir so glaube ich noch nicht kennen, scheint mir ein Charakter zu sein, der in einem Comic in Lego City bekannt ist, der steht nämlich hier so als Figur von einem Comicladen und wird hier nochmal auf einem Plakat beworben, wir haben hier einen kleinen Pizzaladen, wir haben hier E-Roller, wir haben hier ein kleines Tuk-Tuk, auch mit Eheantrieb natürlich, schön gebauten Baum, eine Menge Minifiguren, 14, das Ganze ist wahrscheinlich aber so kulissenartig, also mal gucken, ob man das auf den Bildern hier erkennen kann, na bin ich mir nicht sicher, könnte sogar zu sein, Lego spielt da so ein bisschen mit unserer Neugier, also oft sind ja diese Sachen nur Kulisse, das heißt von einer Seite sehen sie wahnsinnig gut aus und von der anderen Seite sind sie dann halt offen wie so ein Puppenhaus, das lässt sich jetzt hier aus den Bildern, doch hier sieht man es glaube ich, das wird so eine Rückseite sein, dann haben wir hier eine Breite von schätzungsweise acht Noppen, das ist jetzt nicht super viel, oder wie breit könnte das sein, hier sieht man es, eins, zwei, drei, vier, ja, acht Noppen Breite, würde ich jetzt mal tippen, das ist jetzt nicht sonderlich viel, also es sieht von einer Seite halt wahnsinnig gut aus und von der anderen Seite ist es immerhin so groß, dass noch Inneneinrichtungen reinpassen und du mit der Minifigur drin spielen kannst, ist so ein typisches Weihnachtsgeschenk, wollte ich gerade sagen, bis ich den Preis gesehen habe, 209,99 Euro, also da würde ich fast tippen, dass so ein Ding vor der Preiserhöhung maximal 170, 179 gekostet hätte, maximal vielleicht 150, das mit 40% wird dann schon wieder interessant, aber so zur UVP, ich finde, hier geht eine Menge ab, ich finde es interessant und es hat auch irgendwie was, wirklich unter dem Gesichtspunkt, wenn ihr das im Kopf behaltet, großen Preis nachlass, dann würde ich es, würde ich es in okay reinballern, das ist halt einfach auch eine Hausnummer, also mir gefällt es, ihr dürft es nicht falsch verstehen, aber aufgrund des hohen Preises, man muss ja irgendwie gucken, dass man das als Gesamtbild bewertet und was willst du dafür nehmen, wenn du es irgendwann später mal verkaufst, schwierig, wir haben jetzt noch die Setnummer 60, 391, ist ein 4 Plus Set, also ihr müsst wissen, 4 Plus Sets sind grundsätzlich immer teurer, weil sie oft größere Teile enthalten, das soll einfach dazu beitragen, dass Kinder weniger sich verbauen können und alles, was du hier siehst, ist auch beprintet, aber hier sind jetzt auch keine Prints bei, die ein Erwachsener A-Voll oder so irgendwie brauchen könnte, wir sehen hier eine Schubkarre, wir haben hier vier Minifiguren, Minifiguren, wir haben hier eine Bauleiterin mit so einem Blueprint, mit so einem, wie sagt man, so einem Bauplan, den finde ich noch ganz nice, aber dafür 50 Euro UVP, keine besonderen neuen Teile hier, also vielleicht die Schubkarre in dunkelgrün, aber ganz ehrlich, das reißt mich nicht aus den Sitzen hoch und ich finde, für ein Kind vielleicht okay, weil eine Abrissbinde dabei ist, der kann ein bisschen Action machen, Fufi ist natürlich wirklich eine Hausnummer, muss ich, also das fällt mir relativ einfach, das Ding definitiv in die Mäh-Kategorie reinzuhauen. So, dann haben wir noch, Man City kommt ja einiges, dann haben wir noch die Setnummer, 60398, sieht auf den ersten Blick fantastisch aus, nennt sich Familienhaus mit Elektroauto, wir haben natürlich ein Elektroauto dabei, wir haben hier einen kleinen, ja nennen wir es Carport, der ans Haus mit angebaut ist, natürlich mit einer Ladestation im Carport, finde ich sehr, sehr cool, wir haben hier ein kleines Tor da vor, da spielt der Papa mit dem Sohn, der im Übrigen ein Hörproblem hat, Hörschaden hat, was auch immer, er trägt auf jeden Fall ein Hörgerät, ein kleiner Hund ist dabei, sieht sehr idyllisch aus, das Haus sieht auch aus, als wäre es so ein bisschen so spartanisch aus Ytong-Steinen gebaut, mit Holz, es gibt einen Wintergarten, alles, auch mit der Grafik, die hier zu sehen ist, sehr, sehr nice. Ich versuche jetzt hier mal ein Bild zu finden, wo man das im echten Leben sieht, ja, das sieht schon nett aus, ist halt relativ klein, wir haben hier 462 Teile, zum Preis von 52,99 in der UVP, auch witzig, auch neu, also das Lego jetzt mittlerweile so mitten rein geht, sonst hatten wir immer 49,99 oder 59,99 oder so, jetzt sind wir bei 52,99, finde ich für dieses Ding aber irgendwie nice, also der Preis viel zu hoch, brauchen wir nicht drüber reden, aber das Ding mit 35 bis 40 Prozent Rabatt, finde ich schon immer ganz cool, auch wenn es hinten nicht ganz zu sein wird, sondern von einer Seite bespielbar, aber trotzdem sind so Häuser relativ rar, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, fast ein Tiny House irgendwie so, was hier größer wirken soll, wenn man das so für um die knapp 30 Euro oder so irgendwie mitnehmen kann, finde ich das glaube ich jetzt gar nicht so verkehrt, deswegen würde ich sagen, wir packen es in die OK-Reihe rein. So Leute, ich glaube das war es mit City, wir kommen zur nächsten Themenwelt und zwar Creator 3 in 1. Creator 3 in 1 ist halt so, dass es relativ selten Investment relevant ist, weil das sind halt Sets, die super gerne von Eltern gekauft werden, selbst wenn sich das Kind ein Niago wünscht oder Star Wars, weil, und das, wenn ihr jetzt Eltern seid und hört mir zu, dann tue ich jetzt was für eure Kinder. Wenn ein Kind auf dem Wunschzettel stehen hat, ich wünsche mir von Lego Star Wars Set XY, dann kauft eurem Kind dieses Set von Star Wars XY, was ganz oft passiert. In meinem Laden, liebe Kinder, wenn ihr zuhört, in meinem Laden versuche ich die Eltern von diesem Fehler fernzuhalten. Weil ich erzähle euch kurz, was Eltern für einen Fehler machen, nicht aus der Vernunftssicht, sondern aus der Sicht, was sie ihrem Kind schenken und so. Pass auf, das Kind wünscht sich ein Niago Set XY, Star Wars Set XY. Die Eltern kommen in den Laden, das Star Wars Set, ich sage jetzt mal, kostet 100 Euro, hat jetzt so eine Kartongröße. Jetzt rennen sie an so einem Creator 3 in 1 Sets vorbei, das ist viel, viel größer, kostet sagen wir jetzt mal 70 Euro und du kannst auch noch drei Sachen davon bauen. Ja? Und dann denkt natürlich ein verantwortungsbewusstes Elternteil, Mensch, das ist hier auch nicht so mit Krieg, wir haben hier drei Möglichkeiten, die wir bauen können und es ist sogar noch günstiger, nehmen wir doch das. Karton ist auch größer. Nicht so cool. Also nicht so cool, wenn ihr cool sein wollt in den Augen eurer Kinder. Was ich damit sagen will ist, es ist schon vernünftig, ein 3 in 1 Set zu kaufen, vielleicht einfach als Geschenk oder so. Zu Geburtstagen oder zu Weihnachten würde ich mich schon an der Wunschliste orientieren und nicht so etwas kaufen, wenn es nicht drauf steht. Also ich würde es nicht eigenmächtig austauschen, einfach nur ein gut gemeinter Rat. Grundsätzlich 3 in 1 Sets, cool, finde ich schon. Wenn sie denn wirklich merklich andere Modelle haben. Ich finde immer die 3 in 1 Sets richtig schwach, wo wir ein Rennauto haben, daraus noch ein Geländeauto bauen können und dann noch irgendwie, was weiß ich, noch ein Auto. Also aus einem Set drei verschiedene Autos. Ich finde, bei Gebäuden geht es immer. Also wenn du aus einem Gebäude noch zwei andere Gebäude bauen kannst, ist das so grenzwertig, aber okay. Wir haben jetzt hier, ich rede jetzt von der Setnummer 3, 1, 1, 4, 1. Die Hauptstraße nennt sich das Ganze und soll eine, ja, so eine, so eine kleine Hauptstraße darstellen mit einem, vermutlich eine Art Grand Hotel, daneben einen, ja, vielleicht einen Musikladen, daneben vielleicht so eine kleine Bar, wo dann auch geprobt wird und ein Café. Was mein Monk hier direkt triggert ist, sind die Balkone dieses, dieses, dieses Hotels. Da sind so eine Geländer an drei oberen Fenstern dran, die irgendwie alle ein Loch haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei zwei Balkonen ist es tatsächlich bauseitig bedingt. Da fehlt einfach eine Noppe, da kannst du es nicht machen und hier bei dem oberen Balkon haben die einfach das weggelassen, damit es zu den beiden anderen passt, die ein Loch haben. Find aber irgendwie sieht das so aus, als könnte da jemand durchfallen. Ich, Leute, ich weiß, es ist Spielzeug und trotzdem mache ich mir Sorgen um die Gesundheit der Minifiguren, ja, also das irgendwie kannst du auch nicht so offen lassen, wenn das die Bauaufsicht sieht, also weiß ich nicht. Was mir hier auch nicht so richtig gut dran gefällt, das scheint sehr, sehr dünn zu sein. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo sieht. Also ja auch maximal acht Noppen würde ich, oder noch weniger. Wo kann man das denn sehen? Eins, zwei, das kann man hier nicht so richtig sehen. Ich sage mal maximal acht Noppen. Das bedeutet natürlich, ihr habt eine schöne Kulisse, also ihr habt eine schöne Wand, die gut aussieht. Wenn ihr vielleicht auch als Erwachsener was Cooles bauen wollt, vielleicht eine kleine Straße oder so oder eine Nebenstraße irgendwie, dann müsst ihr das Ding aber definitiv an die Wand ran stellen, sonst sieht es echt zu fiepsig aus. Als Kind habt ihr natürlich die Möglichkeit, das super zu bespielen. Könnte aber auch mit Sicherheit für die Kinder ein bisschen breiter sein, ist es jetzt hier leider nicht. Wir haben hier eine UVP von 140 Euro, 139,99 Euro. Ab August erhältlich knapp 1500 Teile und ihr könnt noch zwei andere Gebäude bauen. Zum einen einen großen Turm und zum anderen, ja was soll das denn sein? Irgendwas, was auch im Disneyland stehen könnte. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ihr könnt hier drei verschiedene Gebäude bauen aus diesem Set. Alle haben ihre Berechtigung. Alle hauen mich nicht so richtig vom Hocker und irgendwie nerven mich diese Balkone. Also wo packen wir es rein? Tierlist, das Ding würde ich in, was mache ich denn hier schon wieder? Das Ding würde ich reinhauen in, nee tut mir leid, geht in Mäh. Was baut ihr da so komische, was baut ihr da so komische Balkone hin? Das geht doch nicht, könnt ihr doch nicht machen. Naja, okay, alles klar. So, machen wir das jetzt hier. So, ja, nee, ist nicht mehr als mehr. Für den Preis leider, leider nicht. Dann haben wir noch die Set Nummer 31142 mit einem Lightbrick inkludiert. und zwar einem roten sogar. Meistens sind ja die, die gelben Lightbricks dabei. Und, ähm, es handelt sich hierbei um eine Achterbahn und zwar eine Space-Achterbahn. Also eine Achterbahn mit der Thematik Space, Lego Space. Wir haben hier ein kleines Rocket Ride dabei mit einem Space Baby. Baby ist es, ja, das ist das, was auch bei der Minifiguren-Serie dabei war, bei dem braunen Astronauten, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht ein anderer Print kann ich jetzt hier auf den Bildern nicht sehen. Ihr habt die Möglichkeit, noch zwei andere Rides zu bauen und das ist bei diesem Set wirklich geil, weil das könntest du rein theoretisch dreimal kaufen und du kannst alle drei Fahrgeschäfte bauen und hast direkt einen kleinen Jahrmarkt. So, Problem hierbei, kostet 105 Euro. Wir haben hier, wie viele Teile haben wir denn hier? 1499, nee, das war die Hauptstraße. Wie viele Teile? Das ist noch weniger. Genau, 874 Teile sind das. Boah, das ist gar nicht mal so viel. Also ich erinnere mich, wir hatten vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 oder wann ist das EOL gegangen, die Piratenachterbahn, auch ein 3 in 1 Set, stößt in diese Kerbe rein. Ich glaube, die Piratenachterbahn hatte sogar mehr Teile, ich glaube knapp 1000 und die hat, ich meine 80 Euro UVP gekostet. So, jetzt haben wir hier knapp 900 Teile und haben eine UVP von 105. Ja, Preiserhöhung, ja und so weiter und so fort. Die spüren wir, können wir hier gut ablesen. Die Piratenachterbahn hat sich ganz gut preislich entwickelt. Ich glaube, die liegt jetzt so bei 120, 130, vielleicht 150 Euro maximal. aber wenn man natürlich eine UVP von 80 hatte und sich überlegt, okay, es ist ein 3 in 1 Set, hat man vielleicht 30% günstiger bekommen, dann ist man da schon ganz gut dabei. Das Ding finde ich tatsächlich ähnlich cool. Was hier weniger cool ist, ist halt die UVP. Also grundsätzlich finde ich das aber sehr, sehr nice, dass du da eben drei verschiedene Fahrgeschäfte bauen kannst und dementsprechend muss ich sagen, packe ich das Ding in, ich packe es in Knorke. Ich finde es cool, ich packe es in Knorke, weil man kann da wirklich viel mit anstellen. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Doch, Knorke, Knorke ist berechtigt aufgrund von wegen ist so. So, wie gesagt, sehr subjektiv, sehr persönlich. Ja, so ist es. Wir kommen zu Disney, ihr lieben Leute. Und da haben wir die Setnummer 4, 3, 2, 2, 6 Disney Duos. Das ist ein Set aus 553 Teilen zu einer UVP von 44, 99. Und wir haben hier so kleine Builds aus der Moana, Pocahontas, Beauty and the Beast und findet Nemo-Reihe. Und, ähm, scheiße, ich finde die geil. Das ist, es ist irgendwie, es ist verdammt niedlich. Also, sie haben es natürlich schön gemacht auf den, auf den Bildern nochmal mit diesem Hintergrund und die Detailbilder haben sie dann nochmal schön vergrößert. Boah, ich weiß jetzt nicht, wie diese ganzen Viecher heißen. Ich glaube, dieser, dieser Kerzenständer Lumière oder so, ich weiß nicht, wie die Uhr heißt. aber die sind schon sehr, sehr gut getroffen, einfach auch, weil da nette, ja, ist jetzt die Frage, sind es Prints oder sind es Aufkleber? Also, ich würde tippen, dass das, dass das Prints sind, also zumindest bei Lumière und dieser Uhr, weil sich so diese halbovalen Dinger hier wirklich bescheiden bekleben lassen würden. Ähm, bei diesem Hund oder was das ist von Pocahontas und diesem Waschbär oder sowas, weiß ich nicht, also der Hund sieht fast aus, als wäre ein Sticker, also wäre geil, wenn es alles beprintet wäre. Was hier cool ist, ist die Disney-Lizenz. Es ist schön aufgemacht und die sind alle so niedlich. Äh, das Ding mit 20, 30 Prozent Rabatt, ganz ehrlich, ähm, wenn es dann irgendwann ausläuft, da werde ich zuschlagen. Das ist, ist ein, meines Erachtens, geiles Ding. Finde ich cool. Disney-Leute sind verrückt. Das geht auf jeden, ich bin sogar kurz vor Awesome. Awesome ist so wirklich selten, ne? Wollen wir nicht durchdrehen, komm, es geht in super. Es geht in die Super-Kategorie rein, weil ich finde es super, Preis, Disney-Lizenz, klar kostet immer ein bisschen extra was, eigentlich ist das nur eine Handvoll Teile, aber sie sind süß. Die Handvoll Teile sind süß und was man auch im Kopf behalten muss, Disney-Fans sind wirklich verrückt und geben auch gern Geld aus, also von daher, geil, finde ich schon schön. Wir haben ein zweites Set, 4, 3, 2, 2, 7, Zeichen der Bösewichte. So, da haben wir ein Set und das erinnert mich so ein bisschen an Hogwarts-Icons mit dieser Eule, die auf den Sachen drauf sitzt, von Harry Potter, auf den Büchern und den Tränken und so weiter. Wir haben hier eine VHS-Videokassette, wir haben hier ein Buch und noch ein Buch und einen Apfel, einen vergifteten Apfel und dies, das und eine Uhr und hast du nicht gesehen und was hier ganz nice ist, 4 vermutlich exklusive Minifiguren und was bei mir gerade so klingelt, ich habe irgendwie gehört, dass es einen Disney-Park geben soll oder zumindest einen Teilbereich des Disney-Parks, wo es nur um Bösewichte geht, keine Ahnung, ob ich das geträumt habe oder klingelt hier gerade, wo ich lese im Zeichen der Bösewichte. Dieses Set hat 1540 Teile, das ist eine ganze Menge und hat allerdings eine UVP von 140 Euro, 139,99. Ist aber so, dass man den vergifteten Apfel offensichtlich auch noch auseinandernehmen kann, da passt dann die Hexe rein. Also ist das Ding hier, finde ich schon richtig geil. Also sind so ein paar Gimmicks noch dabei, es sieht so aus, als würde quasi in jedem oder jeder Bösewicht würde hier seinen Platz finden in dem filmrelevanten Utensil, was du hier baust und das finde ich halt ziemlich cool, muss ich sagen. Der Preis ist halt wahnsinnig uncool, aber die Verpackung sieht sehr, sehr wertig aus, wir haben das 18-Plus-Symbol, wir haben hier Fett Disney drauf, die 100 Jahre Disney, Leute, es ist schon stark, es ist schon stark, die UVP ist relativ hart, aber das wird ja wahrscheinlich in den freien Handel kommen, das Ding mit 35% auch ein Brett, also das Ding, ganz ehrlich, ich schwanke zwischen Knorke und Super, es geht in Super, es geht definitiv auch in Super rein, finde ich richtig gut. Finde ich gut, der Preis ist echt wahnsinnig hoch, aber wir packen es in Super. So, dann haben wir noch ein Set bei Disney 43210 und zwar geht es da um Frozen, es sind so Mini-Mini-Dolls, das ist ein Set mit 175 Teilen für 20,99 Euro, ey, ganz ehrlich, selbst ein Zehner wäre für das Ding, ja, ein Zehner vielleicht, ein Zehner wäre okay, boah, aber das sieht ja aus, jetzt treiben sie die Mini-Dolls auf die Spitze, weil die jetzt auch noch kleiner sind, nee, also ganz ehrlich, das ist selbst für 20 Euro, nee, das, 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 das ist nichts, hatten wir in der ähnlichen Art und Weise auch schon zigmal, das ist ein easy Mäh, ganz, ganz easy Mäh, nee, das ist definitiv nichts, guck mal, jetzt sind wir mit Disney schon durch und jetzt kommen wir zu Dreams, Dreams, ganz neue Themenreihe, immer ganz, ganz spannend, wenn sowas an den Start geht und wir haben ja schon seit Monaten wirklich Gerüchte, dass es darum geht, um durch Träume zu reisen und dass es um Pilze geht und Affen, die irgendwelche Raumschiffe steuern und so weiter, ja, und die Serie geht los Mitte des Monats, wirst du online gucken können, soll wohl auch auf Super RTL laufen, was immer gut ist, weil das deiner breiten Masse zur Verfügung gestellt wird, wenn es so Sachen sind, die nur auf Netflix laufen oder so, immer schwierig, das scheint überall kostenlos verfügbar zu sein, das ist schon mal gut, jetzt muss es nur auch gut sein, was da überall verfügbar ist, sonst guckt es niemand, wenn es niemand guckt, will niemand die Sets haben, das wird ganz elementar wichtig sein für den Erfolg dieser kompletten Themenreihe. So, wir fangen mal an mit dem ersten Set, 40657 Dream Village, das sieht aus wie so ein Lebkuchen Wunderland mit, ach, wir haben im Podcast am Freitag schon mal ganz kurz da drauf geguckt, ich finde es halt, guck mal, hier ist der Helm von Thanos, ich finde es halt irgendwie ziemlich fipsig, es hat eine UVP von 29,99, es hat, ja so, ich nenne es jetzt mal vier Minifiguren, es sind so Gestalten dabei, die ich noch gar nicht so richtig einschätzen kann, haben anscheinend die so die Größe von diesen Hasen oder Teddybären, die manchmal Minifiguren begleitet haben, haben aber die Möglichkeit, dass du auf diese Torsi eben auch noch echte Minifigurenköpfe stecken kannst, also ganz, ganz komische kleine Gestalten, ich bin gespannt, was die für eine Rolle spielen werden in der Serie, also der Bild ist hier wirklich super langweilig, die Figuren, da kann ich jetzt leider wenig zu sagen, ob die irgendwie cool sind oder nicht, weil ich nicht weiß, welche Rolle sie spielen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Ganze noch nicht kenne, also wo ich Dreams noch nicht kenne, ist das für mich ein ganz, ganz easy Mäh, also da ist man noch gar nichts, wir schauen mal weiter und zwar mit der Set Nummer 71453, Izzy and Bunshu the Bunny, finde ich grundsätzlich schon mal irgendwie süß, allein schon, der Bild ist süß, wie süß wird es wohl erst in der Serie sein und süß ist immer ein Kaufargument, ja, also oftmals für die Mädels, aber ganz ehrlich, ich habe auch manchmal so Tendenzen, dass ich süße Sachen kaufen möchte, siehe dieses Disney, diese Disney-Sammlung davon eben, wir haben hier zumindest eine Minifigur, die sehr, sehr cool ist, das wird wahrscheinlich Izzy sein, wir haben hier ein paar neue Teile, die interessant aussehen, dann für Mocker, mal gucken, der Preis ist relativ human, mit 20,99 Euro, wir haben hier einmal Izzy, was wahrscheinlich ein Hauptcharakter sein wird, der sehr nice aussieht, wir haben Bunshu the Bunny, was wahrscheinlich auch ein Hauptcharakter sein wird und dann haben wir so einen kleinen Bösewicht-Charakter und dann nochmal so einen Mini-Hasen dabei, das für einen Swanny, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne das jetzt alles zu kennen, finde ich eigentlich schon ziemlich geil, packe ich daher in Knorke, ist für mich ein Knorke-Ding, also wenn ihr überlegt, das mit Rabatt und ihr kriegt das vielleicht für 12, 13 Euro, doch, doch, das ist, glaube ich, schon gar nicht so ganz unattraktiv. Wir schauen weiter, und zwar die 71454, Matteo and Z-Blob the Robot, ähnliche Set, ist quasi, sieht so ein bisschen so aus wie derselbe Traum, den Izzy hatte oder dasselbe Problem und das hat jetzt in diesem Set dann eben Matteo und der hat auch so eine Art Riesenvieh dabei, was hier wohl auch einem bösen Vieh hinterherläuft. Wir haben hier eine Minifigur mehr, haben dafür eben ein Tier weniger, beziehungsweise, ja, also Preis ist auch derselbe, die UVP von 20,99 Euro ist hier ebenfalls vorhanden, finde ich allerdings, ich weiß nicht warum, fragt mich nicht warum, es wirkt auf mich persönlich ein bisschen weniger cool, ich kann es gar nicht so richtig in Worte kleiden, aber ich werde es daher auf jeden Fall eine Kategorie drunter packen, in okay. Dann haben wir die Set Nummer 71455 Grim Keeper The Cage Monster. Alter, der sieht aber gruffelig aus, also auf jeden Fall ein Print auf diesem, ja, was ist denn das für ein Teil, sieht fast aus wie eine Eierschale oder sowas, möglicherweise auch neu. Was hier jetzt interessant ist, gerade bei diesem Set, das klingelt bei mir gerade, 71455, schaut euch mal dieses Set an und dann habt mal die Gerüchte im Kopf, dass wir im nächsten Jahr möglicherweise Bionicle zurückbekommen. Also ich habe so einen ganz kleinen Eindruck oder ich finde, ihr seht hier schon so einen ganz kleinen Eindruck, wie Lego dann neue Bionicle Sets umsetzen könnte. Also ich habe so das Gefühl, sie testen schon langsam so einzelne Funktionen und ich halte das Gerücht, dass wir Bionicle nochmal wiedersehen werden, definitiv für reell. Ich glaube, da kommt wirklich etwas. Wir haben jetzt in diesem Set, mit der Set Nummer 71455, der Alpwärter auf Deutsch, UVP von 3799. Wir haben hier 274 Teile und ein paar neue Teile dabei. Ach, das Ding, weiß ich nicht. Also, huckt mich persönlich jetzt nicht so, aber das ist, wie gesagt, hier ein ganz, ganz subjektives Ding. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Also das Ding huckt mich jetzt nicht so wie der Hase, den wir eben hatten. Ich weiß nicht, warum. Ist nicht allein der Preis, der mich hier abtörent, sondern irgendwas anderes. Vielleicht habe ich auch einfach Angst vor diesem grimmigen Menschen, Viech, Typen, Monster. Das geht für mich in Mäh. Tut mir leid, ist ein Mäh. Ja, dann schauen wir weiter und haben die Set Nummer 71456 und das ist ein Schildkrötenwohnmobil. Allein das finde ich schon geil. Das ist schon mal richtig gut. Wir haben hier drei bis vier, fünf Minifiguren. Wenn man dann diese kleinen, vollgeschleimten Kälchen hier mitzählt. Was ich geil finde, hier ist eine Oma, die so eine Art Schneckenunterkörper hat. Das gefällt mir richtig. Die sieht richtig cool aus. Auch der Print auf dem Gesicht und so weiter. Ich finde die Idee irgendwie geil. So eine Schildkröte als Wohnmobil. Das scheint hier öfter vorzukommen in Dreams, dass so Tiere und Fahrzeuge miteinander irgendwelche Einheiten bilden. Ich bin wirklich auf die Serie gespannt. Wir haben hier auch diese neuen Blätter verbaut, die es das erste Mal in der Burg gab und jetzt natürlich überall reingeschmissen wird für Mocker natürlich wunderbar, weil die dann auf dem Zweitmarkt dann irgendwann auch günstiger werden. Ja, dieses Set hat eine UVP von 47,99. Ich habe da so 30 bis 40 Prozent Rabatt im Kopf. Dann glaube ich, würde ich es einfach selber auch mal kaufen und bauen und dann depending on the cool theories, also wenn die Serie cool ist, dann wird glaube ich dieses Set auf dem Zweitmarkt dann vielleicht auch irgendwann gut performen. Hier fallen mir jetzt einfach nur auf neue Haarteile. Die Idee, ein Wohnmobil mit einer Schildkröte zu kombinieren, die neuen Minifiguren-Teile, der Preis von knapp 50 Euro ist so ein bisschen geht so, deswegen packe ich es in okay. Obwohl ich die Idee witzig finde, trotzdem okay. Dann schauen wir uns an, die Set Nummer 71457, Pegasus Flying Horse. und wir haben hier einen riesigen Pegasus Drachen Monster Viech Gedöns. Wir haben hier insgesamt vier Minifiguren und das Ding hat eine UVP von 52,99 paar Mark mehr, hat auf mich aber eine ganz andere Ausstrahlung. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich auf die Verbindung von Pink und Schwarz, vielleicht liegt es an mir. Was mir hier aber auffällt, hier scheint der Bösewicht drin zu sein, das Badass. Der sitzt hier oben, weiß gerade nicht, wie der heißt, so weit sind wir noch nicht, die Serie ist noch nicht raus, aber grundsätzlich ist sowas immer gut, weil die Kinder wollen in so einer Serie, wo es ja oft gut gegen Böse geht, auf jeden Fall brauchen sie den Bösewicht und wenn mich nicht alles täuscht, das ist das erste Set, wo der überhaupt drin ist, also mir ist hier noch kein Bösewicht als Minifigur aufgefallen, wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, was der Grimkeeper für einer ist, aber das sieht mir eher aus wie so ein Handlanger und in diesem Set, in der 71457, scheint es so, als wäre das jetzt hier der King of God der Bösen und wenn das so ist, dann ist dieses Set von Haus aus schon mal nicht ganz unten einzuordnen, wir haben hier eine UVP, was habe ich gesagt, von 52,99, 482 Teile, viele große Teile dabei, ja, schwer einzuschätzen, wir müssen wie gesagt die Serie abwarten, aber so vom Bauchgefühl ist das das Badass Teil und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal besser als schon, wir nehmen es, wir packen es in Knorke, wir packen es in Knorke, sonst kann ich es schwer vor den anderen rechtfertigen, wir haben jetzt hier die 714 noch, 71458, das Crocodile Car, das macht auch irgendwie was mit mir, ich weiß nicht, das spricht mich von den Farben an und wir haben hier ein Krokodil Auto oder Autokrokodil oder so, finde ich nur mit 62,99, jetzt im Vergleich zu dem, wo ich denke, dass der Badass Bösewicht dabei ist, finde ich den Aufpreis hier zu teuer, es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier die ganzen Handlanger des Bösewichts Obermuckels sehen, also dieser kleine blaue Onkel, der da oben hockt, könnte jetzt durchaus die rechte Hand des Bösewichtes sein und dann kann das hier ebenso ein sehr, sehr nice Set werden, er hat natürlich eine höhere UVP die man erstmal bezahlen wollen muss, hängt alles von der Serie ab, wie gut sie wird, ich würde dieses Set an sich jetzt reinpacken in okay, also ich glaube auf einem Level mit dem, mit diesem witzigen Wohnmobil ist okay zum jetzigen Zeitpunkt, dann haben wir die 71459 Stable of Dream Creatures Stall der Traumwesen ja, das hat sowas wie ein Bauernhof auf Ecstasy oder so, ne, ist so ein kleiner, kleines Bauernhof-Häuschen, da scheint die Schneckenoma zu wohnen, wir haben hier viele kleine Figuren, wir haben hier so kleine lila Pilze, die ja auch irgendwie eine zentrale Rolle spielen sollen, wenn man den Gerüchten glauben darf, Oma hat auch Windkraftantrieb hier oder weiß nicht, wie ich das deuten soll, wir haben eine Motorhaube hier als Vordach, sowas finde ich immer nice, wir haben hier einen, ja was soll das sein, ein Elch, sagen wir mal, ein Rentierartiges Wesen mit einem Baum gekreuzt, was auch gestriegelt werden muss offensichtlich, ja, was sagt man dazu, 84,99 kann man sagen, ist auf jeden Fall echt teuer, wir haben hier natürlich für jemanden, der auf Pflanzenteile steht, ein Füllhorn der Freude, wir haben hier Pilze, neue Pilzköpfe, wir haben so ganz viele Blüten und Ähren und so Sachen, ganz neue große Teile hier hinten, ich finde die UVP hier wahnsinnig teuer, also auch wenn man bedenkt, dass man so die Grundfarben, die hier in dem Haus verbaut sind, so ein Mint oder was das sein soll, auch jetzt nicht randommäßig und auch das orange Dach jetzt auch nicht randommäßig überall in den meisten Mocks verbauen kann, deswegen finde ich Partout hier auch so ein bisschen schwierig, obwohl da schöne, viel schöne Teile dabei sind, aber trotzdem 84,99, sieben Minifiguren, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie beliebt sind die Minifiguren, die jetzt hier vielleicht exklusiv drin sind, also der Mensch da hinten, der Blonde, der da gerade die Kacke vom Einhorn wegmacht, braucht man den, will man den haben, dann kann das die Begehrlichkeit, die das jetzt natürlich auch nochmal treiben, aber zum jetzigen Zeitpunkt, aufgrund der hohen UVP von 84,99, würde ich schon sagen, das ist für mich eher, ja, ich weiß nicht warum, ich packe es jetzt in okay, ich weiß noch nicht mal warum, ich weiß noch nicht mal warum, eigentlich wäre es ein Mäh, aber irgendwie, es macht was mit mir, ich bin auch so ein Bauchmensch, ihr müsst entschuldigen, es ist irgendwas, mag ich, es hat irgendwie eine Ausstrahlung, dann gehen wir zu 71460, Mr. Oos, 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 Spacebus, sieht irgendwie aus wie ein Quinjet, der irgendwie, ja, weiß ich nicht, von ein paar, Jawas auseinandergebaut wurde, und dann mit Einzelteilen wieder zusammengesetzt, oder so, der ist mir definitiv zu teuer, 99,99 für so ein Auto vom Schrottplatz, für so ein Raumschiff vom Schrottplatz, wir haben natürlich hier offensichtlich irgendwelche Bösewichte, oder eine Vielzahl Bösewichte, vielleicht will man unbedingt gegen die kämpfen, möglicherweise ist das so das Hauptfortbewegungsmittel von Mr. Oos, und Mr. Oos ist der Supermacker, und man will das unbedingt haben, für mich ist es auf den ersten Blick, einfach ein Haufen Schrott, und dafür sind mir 100 Euro viel zu teuer, und selbst wenn du da irgendwie 30, 40 Prozent Rabatt drauf bekommst, muss man das wollen, glaube ich, ähm, das Ding hier, ähm, tut mir leid, das, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, man muss immer sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, welche Rolle es spielt, aber Preis, und erster Eindruck auf jeden Fall in Kombination für mich persönlich, näh, dann haben wir ein, äh, was übersprungen, nee, dann haben wir die 71461 Fantastical Treehouse, ey, das sieht original aus, wie etwas, was ich von Friends gesehen habe, vor einem Jahr, oder so, äh, nur noch mal ein bisschen verrückter, mit ein paar neuen Teilen dran geflanscht, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das die Homebase der guten Jungs und Mädels ist, also, dass das quasi das zentrale Element ist, ähm, was sozusagen in jeder Folge sich wiederfindet. Das kann dem Ganzen natürlich einen guten Schubs geben, weil wenn, wenn, wenn das das ist, wo sie hinkommen, bevor das Abenteuer beginnt und wo sie dann wieder landen, nachdem das Abenteuer da ist und alle zusammen Kekse essen, dann ist es ja was, was man haben muss oder haben will unbedingt. Wir haben hier eine UVP von 104,99 Euro. Wir haben hier auch noch mal einen alten Bekannten dabei, der kommt hier so angeflogen, wie hieß der noch gleich, das war der, äh, Grimm, wie hieß der, Grimmkeeper, der Grimmkeeper, ich weiß nicht, ob es dieselbe Größe ist, auf jeden Fall kommt der Grimmkeeper hier bei dem Baumhaus auch angeflattert. Das heißt, das würde ja, wenn jetzt ein Kind dieses Set bekommt, den, das Grimmkeeper Set obsolet machen, ne, obwohl der hier wahrscheinlich ein bisschen größer ist oder irgendwas anderes hat, aber, ähm, der ist halt hier jetzt auch dabei. Kann natürlich ein, ähm, Grund mehr sein, eben das zu kaufen, sich das Grimmkeeper Set zu sparen, weiß ich nicht. Ich tippe, das wird das Hauptquartier sein, macht auf mich einen ganz witzigen Eindruck, ehrlich gesagt. Ich glaube, das macht auch Spaß, das ganze Ding zu bauen. Wir haben hier sieben Minifiguren, hier geht eine Menge ab, ja, 105 Euro ist natürlich, ist natürlich eine Hausnummer, aber, ich packe es jetzt einfach mal in Knorke mit rein, weil ich denke, dass das wichtig wird für diese Reihe. Wenn natürlich die ganze Reihe für den Arsch ist und niemand das gucken möchte, ist das hier für den selbigen. Ja, ist klar, aber zum jetzigen Zeitpunkt mit meiner Vorstellungskraft, was das hier werden könnte, mit den Teilen, ähm, mit der Teileranzahl finde ich okay, wenn man im Kopf hat, dass das Ganze dann ja auf jeden Fall auch noch Rabatte, ähm, nach sich zieht und, oh, und hier scheint sich, bei der Setnummer 71469, mein Verdacht, sich zu festigen, dass wir nämlich den Badass-Typen schon in dem anderen Set da drin hatten, der kommt nämlich hier nochmal mit seinem Nightmare Shark Chip, was wahrscheinlich dann eine Art Hauptquartier der Bösen, ähm, sein wird und, ähm, da ist er auch wieder dabei, wird interessant sein, ob es exakt dieselbe Minifigur ist, also wenn es exakt dieselbe Minifigur ist, dann brauchst du ja dieses Set nicht unbedingt, beziehungsweise das andere nicht, also ich weiß ja nicht, ich denke ja immer langfristig, ne, also mal angenommen, nur mal angenommen, Dreams wird jetzt ein Hit und das läuft jetzt nicht nur anderthalb oder zwei Jahre, sondern vier oder fünf oder länger, oder es hat so einen Impact auf die Kids, dass sie in 20, 30 Jahren sagen, oh, das hat mich so geflasht und die fangen an, diese Dreams-Figuren zu sammeln und wenn denn, wenn die einen leichten Unterschied hätten in dem Print, fände ich es nicer, aber es kann natürlich auch sein, dass hier genau dieselbe drin ist, das muss man sich mal alles später im Detail nochmal angucken, jetzt erster Eindruck, ohne die Serie zu kennen, 71469, Nightmare Sharkship, ähm, macht was her, auf jeden Fall etwas, wo ein Kind im Laden vorsteht und sagt, boah, ohne zu wissen, was in der Serie abgeht, wenn es jetzt in der Serie noch cool dargestellt wird, Angst und Schrecken verbreitet und irgendwie ständig auftaucht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das so einen Haben-Woll-Effekt auslöst, wir haben allerdings hier 139,99, kann natürlich das große Teil zu Weihnachten sein, dann bei vielen vielleicht, wir haben hier 6 Minifiguren, ähm, ob die nun gut oder schlecht sind, kann ich schwer einordnen, der Bild ist Harakiri-mäßig richtig wild, äh, gefällt mir grundsätzlich ganz gut, muss ich sagen, ist so eine Art High-Shift, also wir haben hier auch bei den Bösen das Phänomen, dass sich sozusagen Fahrzeuge und, und anscheinend Lebewesen miteinander verknüpfen, verschmelzen, ähm, boah, 140 Euro, jetzt, das, das macht es mir ein bisschen schwerer, das in irgendwie eine gute Kategorie einzufriemeln, ist aber jetzt erstmal vorher das letzte Set für diese Folge hier, aufgrund des hohen Preises schwanke ich zwischen Okay und Knorke, ähm, ich, boah, es fliegt bei mir in Okay, es ist einfach viel zu teuer, Leute, ganz subjektiv und auch ohne zu wissen, wie die Serie performen wird, ähm, ganz einfach mal, äh, das, was ich zu dem Thema denke. Grundsätzlich, wenn euch das gefallen hat, wenn ich öfter mal so Listen machen soll, das kann man ja zu vielen verschiedenen Themen dann eben auch aufbereiten, ich bin jetzt erstmal eine Woche weg, unabhängig, ob ihr das Ganze jetzt auf YouTube gesehen habt oder hier im Podcast gehört habt, ähm, freue ich mich, wenn ihr einen ganzen Daumen hoch gebt, das Liked, entweder Podcast abonniert oder einen YouTube-Kanal abonniert und wenn da genug Likes da sind, dann, äh, werde ich auch in der kommenden Woche dann Folge 2 machen, also die nächsten Themen rein, die nächsten Sommerneuheiten von Lego einfach mal unter die Lupe nehmen und sagen, was ich dazu denke. Ich, äh, freue mich, dass ihr dabei wart und würde sagen, bleibt gesund, bleibt fröhlich und dann hören und sehen wir uns vielleicht ja sogar ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.